Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play WoW Shadowlands. Dank unserer Schultern sehen wir immer noch aus wie der letzte Lodder-Louis und der Schorke. Ich wollte gerade sagen, warum ist er denn immer noch hier? Der ist einfach AFK gegangen. Richtig creepy, wenn man bei meinem Level-Tempo hier mit Vorlesen und Durchquatschen irgendwie immer wieder dieselben Leute sieht, da fragt man sich schon, ey, was ist eigentlich mit denen? Und was ist eigentlich mit mir? Egal, Aralon. Wofür kämpft ihr? Dank eurer Bemühungen haben wir das Blatt der Schlacht gewendet. Wir werden eure Hilfe nicht so schnell vergessen. Da dieser Schläger jetzt tot ist, sollten wir in der Lage sein, Zorrens Aue zu halten. Reitet mit uns, Lujin. Lasst uns zur Straße und zu eurem Wildsamen zurückkehren. Er nehmt unseren Hirsch und reitet mit uns. Ja, euer Hirsch. Der hat auch richtig Bock, oder? Guckt mal, wie happy er da steht und einfach guckt. Der ist einfach eine frohe Natur. Let's go. Yay! Oh, schön. Oh, er musste erst mal auf Warn laufen. Die Seuchten stellen sich uns in den Weg. Ja, dann Leute. Überrennt sie! Gemeinsam Schwerter ziehen. Ach, Aralon hat auch einen Pony. Guck mal. Schön, jawohl. Das ist geil. Die wilde Jagd wird den Ardenwald von euch säubern. Schön durchflügen hier. Rohirrim. Hahaha, schön. Jawohl. Das war einmal mit Zillet Bang hier sogar die Fugen gereinigt von der Straße. Und da sind wir wieder. Wir sind zurück. Der Wildsam wurde schon unruhig. Ja, der musste jetzt halbe Stunde irgendwie dieselbe Melodie ertragen. Das ist so wie Fahrstuhl fahren und dann feststecken. Aber das Licht ist zwar aus, doch die Melodie geht noch. Ne? Fahrstuhlmucke die ganze Zeit. Da würde ich auch langsam durchdrehen. Und meine Albträume würden sich manifestieren. Benötigt ihr die wilde Jagd? Es ist schön zu sehen, wie die wilde Jagd wieder zu alter Kraft zurückfindet. Und auch, dass ihr die Geisterwiege nutzen konntet. Jetzt lasst uns den Wildsamen darin zum Winterschlafbecken bringen. Für den Ardenwald. Reise zum Winterschlafbecken. Ihr habt der wilden Jagd einen großen Dienst erwiesen. Das muss sich irgendwie wieder gut machen. Die Schlacht um Zorrens Aue hat sich gewendet. Der Schläger ist besiegt und die Streitkräfte der Verseuchten verlieren ihre Stärke. Ich will echt nicht wissen, wie viele von diesen Viechern dann in den Abgründen der Hauptstädte der Drust irgendwie lauern. Weil diese großen Viecher, die gibt es noch mal noch größer und auch ein bisschen kleiner. Hatten wir ja auch schon mit zu tun. Aber holla, davon haben die bestimmt noch einige. Und wenn die solche Probleme machen, gestattet uns, euch zum Winterschlafbecken zu begleiten. Sprecht mich an, wenn ihr abreisen möchtet. Der Wald überdauert. Na dann. Kommt. Reiten wir zum Winterschlafbecken. Ja, reiten weiter. Yeah, so rittert er der Kokosnuss mäßig. Ich will dein Schutz, Aralon. Es beruhigt mich, von einem Jäger beschützt zu werden. Toll, danke. Es war nicht immer so. Ich bin der wilden Jagd erst beigetreten, nachdem ich meinen Hain opfern musste. Ja. Mein Hain ist auch verloren. Aber nicht an die Dürre. Es war ein maskierter Fae. Meine Freunde. Es tut mir leid, Nia. Wäre die wilde Jagd nur dort gewesen. Aber unsere Reihen sind zu ausgedünnt. Wie auch die Winterkönigin. Ja. Sie trägt die größte Last. Wir müssen tun, was wir können, um sie zu teilen. Aber mega krass, dass sie auch immer noch so an sie glauben. Und an das, was sie hier tun. Ist finde ich auch nicht selbstverständlich. Und wir sind im Winterschlafbecken. Auch ein sehr schöner, sehr mystischer Ort. Ich mag auch das Wasser hier. Ich mag hier einfach alles. Es ist einfach schön. Wasserfelle. Große blaue Bären. Ja, ja. Helft uns, diese Albträume zu beenden. Obwohl unsere Ressourcen begrenzt sind, tue ich, was ich kann. Sehr nice. Der Bär im großen blauen Becken, Leute. Wunderbar. Ja, Aralon und Nia noch einen kleinen Schwatz gehabt über die Probleme des Waldes. Jeder hat hier seine Probleme. Entweder selber und persönlich oder, natürlich auch ganz gern gesehen, die Heimat verdorrt. Unangenehm. Liebe Dromanen. Der Ardenwald braucht eure Stärke. Willkommen im Winterschlafbecken. Wer seid ihr denn? Ich bin Alioth. Wie hat das ausgesprochen? Alioth? Nee, ne? Alioth. Die Dromanen des Winterschlafbeckens. Ich beschütze den Baum und alle anderen innerhalb dieser Mauern. Doch davor lebte ich in einer wunderschönen Welt voller saftiger Wälder und glitzernder Meere. Ich war eine Göttin, ein mächtiger Geist der Wildnis. Und gerade richtig passend so, ah, brüll. Mein Fell war voller Sterne und meine Zähne ließen Berge zersplittern. Was ist passiert? Ich starb. Grünes Feuer regnete vom Himmel herab und verbrannte unsere Wälder, die brennende Legion. Lies unsere Meere brodeln. Ich tat alles, was ich konnte, doch es war nicht genug. Meine Welt starb auch. Dank der Gnade der Königin wurde ich hier im Artenwald wiedergeboren und bin für die Geister in dieser Senke verantwortlich. Wollt ihr nicht in eurer eigenen Welt wiedergeboren werden? Weil so haben wir es ja eigentlich gelernt, dass derart mächtige Naturgeister dann auch in ihre Welt zurückkehren. Aber da ist natürlich nach der Story jetzt die Frage, ist da noch was übrig, wo jemand zurückkehren könnte? Selbst wenn ich noch ein Zuhause hätte, könnte ich nicht mehr dorthin zurückkehren. So ist der Lauf der Dinge. Die Welt also restlos vernichtet und selbst wenn nicht, wäre dieser Krieg eben nicht gewonnen worden und dann würde sie da stehen. So aufploppen. Als großer Bärengeist und alles ist einfach nur verdorben und verseucht. Sieht aus wie auf Argus. Und dann kommen die nächsten Dämonenhorden, die da zurückgelassen wurden, und zerfetzen dich und schon plopp, bist du wieder im Artenwald. Da hat natürlich auch keiner Bock drauf. In der Natur sind alle eins. Ja und die Königin hat ihr dann eben eine neue Aufgabe zugewiesen. Schön. Der Raumweber hat mir so viel von euren sonderbaren Wildsamen erzählt. Ich werde tun, was ich kann, um zu helfen. Ja, aber Traumweber ist auch wirklich manchmal ein bisschen langsam, oder? Ein bisschen seltsam. Der meinte doch schon vor zwei Parts gefühlt. Er fliegt schon mal vor und sagt Bescheid. Und dann kommen wir gerade in dem Moment an, obwohl wir noch irgendwie zwei, drei Heine nebenbei gesäubert haben. Und da fängt er gerade an zu fragen. Also er ist auch irgendwie seltsamer Typ. Naja, wir haben zumindest ein... Die Dunkelheit muss schwinden. ...positives Ergebnis. Den Wildsamen stärken. Traumweber berichtet von einem Ritual, mit dem die Albträume dieses Wildsamens gemindert werden können. Aber dafür brauchen wir Anima. Eine Seele namens Proglo lebt unter diesem Baum und sammelt Anima für die Pfleger dieses Hains. Er ist gewaltsam zu Tode gekommen und seitdem eine scheue Seele. Auf eure jetzige Form wird er nicht positiv reagieren. Ich gewähre euch die Fähigkeit, die Seelengestalt eines Fuchses anzunehmen. Nährt euch Proglo in eurer neuen Gestalt, um sein Vertrauen zu gewinnen und ihn nach Anima zu fragen. Die Nacht. Nehmt diesen Teil meiner Macht. Damit könnt ihr eurer Seele eine Gestalt verleihen, die die Seele da unten einladender finden wird. Wie sad für Proglo, wenn er das jetzt gehört hat. Wir bereiten das Ritual vor. Okay, und ich verwandele mich in einen Fuchs. Yeah! Und spreche mit Proglo. Hallo! Proglo, ich bin's. Ah, ein Frosch. Wie er uns anguckt. Achtung! Hi! Hast du keine Stimme? Oh! Okay, das klingt wie ich nach dem Saufabend morgens. Proglo, seid gegrüßt! Seid ihr wegen der Anima hier? Proglo hat sie gut verwahrt, falls sie für Wildsamen gebraucht wird. Diese verfluchten Sprigans und diese verseuchten Kreaturen sollen sie nicht bekommen. Proglo ist eine der tapfersten Seelen im Ardenwald. Ihm entgeht nichts. Ah ja, deswegen haust du hier. Unter dieser riesigen Wurzel. Drumanen Alioth hat gesagt, ihr würdet Anima verwahren, mit der wir einem Wildsamen helfen können. Aber gewiss, Proglo hat diese Anima für genau einen solchen Fall aufbewahrt. Bitte, ihr habt euch wohl und solltet ihr etwas brauchen, vergesst nicht, dass Proglo eine der tapfersten Seelen im Ardenwald ist. Danke Proglo, ich werde diese Anima verwenden, um den Wildsamen zu helfen. Sehr schön. Ich möchte jetzt ja schon gern wissen, oh hier ist ein Elfengeist. Eine Nachtelfenseele. Ich muss immerzu an all unsere Gefallenen denken. Warum musste das nur geschehen? Teldrassil. Aber wie passt das gerade zeitlich in unsere Standard-Quest hier? Ist das ein Phasing-Fehler? Oder ist sie einfach dem Schlund entkommen, weil sie so eine krasse Fickerin ist? Dachte sich, nö, Bruder, hab richtig Bock auf Ardenwald. Ist abgebogen. Hm, mystisch. Aber ich würde jetzt schon gern sehen, was Proglo sagt, wenn wir jetzt sagen, Hey, Proglo, ich bin's, Bro. Ich bin's. Oh. Oh, er guckt nicht so happy. Ja, dann können wir gar nicht mit ihm reden. Okay. Hätte es ja gefeiert, wenn er uns jetzt mit so einem Zungenschlag einfach rausschmeißt. Bam, Junge, da ist die Tür. Du Huren. Aber irgendwie bin ich auch glücklich, dass er das nicht getan hat. Traumweber. Willkommen. Er erzählt mir vom Geist im Wildsamen. Hatten wir, glaube ich, schon, oder? Bin bereit, mit dem Ritual für den Wildsamen zu beginnen. Treibt. Hoffentlich ist das genug. Mehr Anima. Wir durchfluten den Samen regelrecht. Junge, da hat Proglo aber gut gesammelt. Sehr guter Frosch. Mann. Hat es geklappt? Whatever. Oje. Nicht so oje. Nein. Die Albträume bleiben. Wir brauchen mehr Anima. Ja, aber das sieht doch erstmal gut aus, oder nicht? Ich weiß, wo wir mehr bekommen. Ich meine, klar, wenn wir den ermächtigen und die Albträume sind nicht weg, dann wachsen die natürlich auch. Aber dass der so groß gerade geworden ist, das ist doch ein gutes Zeichen, oder? Vielleicht ist ja auch einfach ein bisschen wärmer im Winterschlafbecken. Oder irgendwer von der anderen Seite hat ein bisschen dran gerieben. Wir unterscheiden ja zwischen Fleisch und Blutsamen. Und dementsprechend könnte das auch damit zusammenhängen. Wofür kämpft ihr? Hashtag Samenwissenschaft. Den Wildsamen stärken. Es wird nicht leicht werden, aber ich kenne einen Ort, an dem wir vielleicht genug Anima finden, um diesen Wildsamen zu helfen. Tut, was ihr tun müsst. Nächster Erfolg schon. Dies ist der Weg. Leute, läuft. Also Erfolgsfortschritt. 24.11. Wie lange das auch schon wieder her ist, oder? Leute, wie verrennt, wollte ich sagen, aber wie vergeht die Zeit momentan? Wie rennt sie? Der fuck? Ich komme gar nicht mehr klar. Aber das ist okay, denn wir müssen Aralon helfen. Es ist eindeutig, dass wir mehr Anima brauchen, als dieser Hain hervorbringen kann. Eventuell weiß ich, wie wir mehr bekommen. Viele der maskierten Fae haben aus unbekannten Gründen Anima gesammelt. Ich schlage vor, dass wir sie uns zurückholen. Die wilde Jagd hat sie bis nach Tirna noch verfolgt, meinen ehemaligen Hain. Es ist lange her, dass ich unter seinen Ästen gewandelt bin. Nicht seitdem er verwelken musste, damit andere Haine überleben konnten. Ich erinnere mich noch gut. Ja, jetzt kriegen wir die Sequenz, oder? Wir treffen uns außerhalb meines früheren Hains. Dort ruhen Erinnerungen und Verlust. Ja. Ich komme mit. Vielleicht kann ich helfen zu finden, was wir brauchen. Ah, sie sind voll die Best Buddies und so jetzt geworden durch ihre Leidensgeschichte, die sie verbindet. Das war ein trauriges Kennenlernen auch, oder? Mega sad. Aralon. Benötigt ihr die wilde Jagd? Lausch der Geschichte und die kennen wir. Das ist der Nachleben-Trailer. Und jetzt sollen wir uns mit den beiden treffen. Alles klar. Machen wir. Ja, kurzer Abriss. Wer den Trailer nicht kennen sollte, schämt euch. Dann habt ihr den komplett verpasst, obwohl der von den offiziellen Accounts hochgeladen und von mir in extra Videos analysiert wurde. Leute, da muss ich aber hier den mahnenden Finger erheben. Da sehen wir eben Aralon, wie er in einem wunderbar animadurchfluteten Hain für die Wildsamen sorgt. Und dann kommt eben so ein Hardcut zu der Dörre. Und alles ist verwelkt. Alles sieht eben mehr so aus wie da im Vergleich zu dem hier. Ich denke, da sieht man sehr, sehr starke Unterschiede. Alleine schon in der Baumkrone. Und er musste dann eben das Opfer bringen. Die Winterkönigin und die Wilde Jagd kamen vorbei. Haben versucht, ein bisschen was zu retten. Haben leider auch ein bisschen Anima entziehen müssen. Ja, um, wie er sagte, andere Hainet zu retten, musste dieser eben geopfert werden. Aralon kämpfte dann dagegen an. Hat sich dann aber doch zurückgehalten, als er die Königin eben sah. Ja, ne, die sich dann auch vor die Wilde Jagd stellte und sagte, hey, das passiert so auf meinen Befehl hin. Na, das ist das, was wir jetzt machen müssen. Mir gefällt das natürlich auch nicht. Aber, Bruder, da müssen wir durch. Manchmal muss man große Opfer bringen, um letztendlich mehrere der anderen zu retten. Ne, oder um der, der breiten Masse dann eben helfen zu können. Und letztendlich hat Aralon das eingesehen, hat sich dem Wildsamen von Ursock zugewandt. Und auch der hat nochmal so geknarrt, als würde er es bestätigen wollen, ne, dass er gerne auch seine Essenz, sein Leben, seine Seele gibt, um den Artenwald, um dieses Reich zu retten. Und schweren Herzens hat Aralon dann eben auch das Anima aus dem Wildsamen von Ursock aufgenommen und starte dann mit der Winterkönigin in die Zukunft, ja. Und dann ging es eben, ja, wieder mit einem Hardcut raus aus dieser Geschichte. Und dann haben wir Aralon eben hier getroffen und sehen, dass von diesem Hain wirklich nichts mehr übrig ist. Und die Frage ist jetzt natürlich, Ursock, unser lieber Bärengott, ist der vielleicht mächtig genug und durch dieses Anima hin und her doch noch irgendwie zu retten, ne, vielleicht. Liebe Artenwaldner erleben wir ja noch die ein oder andere Überraschung und ein unglaublich großes Opfer, eine unglaublich traurige Geschichte, die Aralon natürlich auch nie vergessen wird. Ich diene der Königin. Ich hätte nie gedacht, dass ich nach Tyrna Nord zurückkehren würde. Dieser Ort ist voller Erinnerungen und voller Reue. Aber wir haben keine Zeit für Sentimentalitäten. Jetzt ist es Zeit zu handeln. Okay, nehmt, was ihr könnt. Wir wissen, dass diese Eindringlinge die Überreste des Hains übernommen haben. Aber warum? Warum sammeln sie so viel Anima und bringen sie an einen Ort? Und wie sind sie in den Ardenwald gelangt? Die sollten wachsam bleiben und so viel Anima an uns bringen, wie wir nur finden können. Vielleicht kann all dieser Verlust doch noch zu etwas Gutem führen. Das ist natürlich die Hoffnung, an die er sich klammern muss, um überhaupt weiterzumachen. Die Wurzeln lesen. Als mein Hain verwelkte, folgte ich dem Ruf der Königin und schloss mich der wilden Jagd an. Man kann nichts für Tyrna Nord tun. Doch es schmerzt mich, dass es dort nur so vor den Feinden des Waldes wimmelt. Wir brauchen eine große Menge Anima. Die maskierten Fähe müssen sie irgendwo im Hain gebunkert haben. Wir müssen sie nur finden. Sie haben bestimmt Seelennetze verwendet, um die Anima zu sammeln und zu transportieren. Wenn ich sie untersuchen kann, sollte ich die Spur aufnehmen können. Tut, was ihr tun müsst. Okay. Oh, ein Direktbörder aufgemontet. Ich habe so viel zu lernen. Andenken. Ich habe im Herzholz Hain Geschichten vom Fall von Tyrna noch gehört. Ich hätte nie gedacht, dass ich es mit eigenen Augen sehen würde. Das macht mich sehr traurig. Und ich frage mich, ob dieses Schicksal auch meinen alten Hain erwartet. Ich kann nicht glauben, dass alles, was hier einst existierte, wirklich verloren sein soll. Vielleicht gibt es immer noch ein paar Erinnerungsstücke, die geborgen werden können. Etwas, um sich an die Gefallenen zu erinnern. Ja, und mit so einer Erinnerung, da ist es ja dann für Tyrna noch... Noch nicht zu spät. Oh Gott, es tut mir leid, aber es musste trotzdem sein. Leute, seid ihr dabei? Oder macht ihr jetzt erstmal einen kleinen Reitausflug? Zwinker, Zwinker? Wo sind sie denn hin? Leute, ich habe jetzt extra drei gepullt, weil ich dachte, alle für einen und einer... Achso, jetzt mountet ihr ab, damit eine halbe Stunde später kommen können, sag mal. Was habt ihr da getrieben hinter dem großen Baumstück hier? Hinter all der Rinde, sag mal. Also, Frechheit, dafür esse ich jetzt diese Motte. Nom. Da stand heilende Motte. Wir sollten die fressen. Okay, die wollte das so. Das werde ich vor Gericht ebenfalls genau so erklären, Leute. Müsst ihr euch keine Sorgen machen. Das sind dann auch Animatierchen. Die sich dann, warum auch immer, hier befinden. Aber die können wir einfach snacken, um uns so ein bisschen gegen zu heilen. Gestohlenes Andenken. Haben wir einen Tooltipp? Ein verlorenes Andenken, das nach dem Tod des Heinz zurückgelassen wurde. Na gut, Hauptsache irgendwie ein Stück Erinnerung. Wir haben auch Elite-Mobs dabei. Und ich bin mir nur nicht sicher, ob ich die wirklich umhauen will. Da liegen allerdings auch diese Körbe und diese Netze gleichermaßen, die dazu da sind, das Anima einzusammeln. Haben wir schon öfter gesehen. Ist auch in den, zum Beispiel, Stäben, die im Ardenwald droppen können oder die wir von Quests bekommen mit integriert, so ein Netz. Eben wirklich ein Netz, das eben dann Anima-Partikel, Anima-Rückstände, um diese Anima-Partikel und Essenzen dann eben rauszufiltern. Ja, und dann eben einzulagern, so kann man das einsammeln. Und das ist natürlich eine wunderbare Möglichkeit, um die letzten Überreste aus diesem Hain wirklich zu extrahieren, bis gar nichts mehr über ist. Wenn du wirklich die letzten kleinen Partikel quasi einsammelst mit irgendwelchen Netzen, dann hat natürlich kein Funke hier die Chance, irgendwie Donner mal zu entkommen. Aber genau darum hauen wir jetzt ja auch allen schön in die Phrase und klauen das dann einfach zurück. Geklaut ist geklaut, wiederholen ist gestohlen und so weiter. Aber in dem Fall sind wir da einfach im Recht und darum müssen wir uns keine Gedanken machen. Nein, die bekommt nicht echt ein Vier durch. Oh mein Gott, ich denke noch so, stellst du Anti-Vier? Nee, wir boxen die um. Ey, das ist generell so ein Problem bei mir, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber ich bin auch so jemand, ich sterbe wirklich gern und auch als Einziger im Raid. Ich meine, als Tank ist es ganz gut, wenn man dann umkippt, aber die Gruppe es trotzdem noch schafft und so. Ist dann besser als andersrum, alle anderen kippen um und nur der Tank steht noch. Das kann dann deutlich unangenehmer werden für den Gruppenfortschritt. Aber generell sterbe ich wirklich gerne gleichzeitig mit dem Boss. Oder wenn so ein Mob nur noch 3% Leben hat oder so. Und das, obwohl ich diverse Hard-CDs für die Defense noch ready habe. Und das ist einfach so, weil ich denke, ja, das lohnt sich jetzt nicht mehr. Das ist es mir nicht wert, noch ein CD zu ziehen. Dabei würde ich damit meinen Fucking überleben und im besten Fall dann natürlich auch das weitere Überleben der Gruppe sichern, weil der Mob dann nicht Amok rennt. Und das mache ich nicht, weil ich mir denke, ja, einer unserer Krieger, der krittet das jetzt noch weg. Oder ein Heiler zieht bestimmt einen dieser CDs, für den ich gerade zu faul bin, auf den ich keinen Bock habe. Und wie oft ich wirklich umkippe, gleichzeitig mit dem Boss und mich dann ärgere und mich nicht über den Kill freuen kann. Oder beim Trash auch, ja, wenn es mal so räudige, gerade Schloss Natria, so riesen Elite-Fledermäuse sind, die dich zerfetzen und mit Blutung belegen und so. Mega ickehaft, das ist gar nicht echt gut. Oh no, Nia. Ich wollte auch so eine schöne ablenkende Geschichte erzählen. Über den Tod, aber hat nicht geklappt. Und wir sehen auch, dieses Netz ist komplett verdorrt. Und nichts mehr da, nichts mehr zum Sammeln. Dann müssen wir eben den Nächsten auf den Kopf hauen. Und das ärgert mich. Und ich weiß es eigentlich besser, das ist das Schlimmste. Man weiß es besser, aber man macht es dann trotzdem nicht, weil man glaubt, überzeugt zu sein von dem, was da jetzt gleich kommen wird. Und dann stellt man fest, nee, eigentlich solltest du nicht von dem Neuen überzeugt sein, was du dir einbildest, sondern von dem, was du weißt. Und dann ist es schon wieder zu spät. Und ich liege im Dreck und boah, das ist so unglaublich bitter. Das ist so schlimm häufig, Leute. Keine Ahnung. Vielleicht kennt ihr es von euch selber. Wenn nicht, dann Glückwunsch. Bleibt dabei. Ja, bleibt dabei, es lieber nicht zu kennen. Oh, hier sind aber auch schön viele Körbchen. Wunderbar. Haben wir das Animal schon mal fertig gesammelt. Und dann müssen wir nur noch, nur noch, nur noch die Andenken holen und dann noch einen weiteren Schrein zerlegen. Da hinten der Rare, der gerade angezeigt wird, den kann ich euch auch sehr empfehlen. Droppt einen schönen Stab. Wir kommen näher. Wo könnten die Drust so viel Anima verbergen? Sie sammeln es für einen finsteren Zweck. Und wir haben ja im Hain von Nia gelernt, dass es immer ein Herz gibt. Ein Herz des Hains, ein Herz des Waldes, wo diese Essenzen gelagert werden. Das war ja eigentlich auch das Teil, worauf unsere Hoffnung aufbaute. Ja, auch von Nias Hain eben noch einiges beanspruchen, einiges retten zu können. Ist dann leider sehr eskaliert, konnten wir in den letzten Parts ja bewundern. Ist ja falscher Ausdruck, aber beobachten und begutachten gleichermaßen. Und da wäre es natürlich nicht verwunderlich, wenn die das hier genauso machen. Und dann statt tausender Netze eben nur dieses Anima im Herzen angesammelt hätten. Und das dann eben nur abtransportieren müssen. Das ist ja auch ein verringerter logistischer Aufwand, liebe Leute. Und da wäre ich als Drust auf jeden Fall daran interessiert. Weniger lange musst du dann Sachen durch die Gegend schleppen, sondern nur einmal gemeinsam das Herz und fertig. Hier ist noch ein Netz. Ja, und der Rare, der droppt auch so eine Drust-Sense, ist glaube ich aber ein Stab, keine Stangenwaffe. Und kann eben geil sein für Caster Twings, generell als Waffen-Upgrade. Aber für T-Mock, wenn ihr den noch nicht habt, mega cool mit so einem Schädel-Element, ja. Echt schönes Style. Die Drust müssen die Anima im Herz des Heinzhorn. Ah ja. Aber er ist schon so lange verdorrt. Vielleicht haben die sterbenden Heine sie in den Adenwald gelockt. Oh, das ist natürlich auch ein interessanter Punkt. Zum einen ist es ja egal, wie verdorrt der Hein ist. Wenn nun mal alles im Herz gelagert wird, dann werden da die letzten Reste auch in der Lage sein, dieses Herz eben so lange wie möglich am Leben zu halten. Und wenn sie da immer weiter alles reinpumpen, dann wird dieser Prozess natürlich in die Länge gezogen. Das ist ja ganz logisch. Und die sterbenden Heine, ja, haben wir letztes Mal drüber gesprochen, über die Drust, über das, was wir von Ihnen auch wissen. Dieser seltsame Wechsel zwischen Leben und Tod, irgendwie ein Bein in jeder Domäne. Und wenn dann hier dieser Tod um sich greift, dieses Verdorte, diese Verzweiflung, dann kann das natürlich etwas sein, was die Kollegen anzieht. Und, finde ich, ist ein super, super interessanter Punkt. So, wo kommst du jetzt her? Ich wollte jetzt in Ruhe Quests abgeben, hör mal. Und er kommt hier schreiend um die Ecke. Wiii, denkt er sich und jetzt sagt der... Warum fragt ihr? Ist das, was auch dem Herz soll sein droht und meiner alten Heimat? Hab Dank. Es sind nur Dinge, aber sie bedeuten uns sehr viel. Manchmal ist es tröstlich, einfach nur ein Stück Vergangenheit in der Hand zu halten. Das bedeutet, dass nicht alles verloren ist. Ich gebe mein Bestes. Und man kann Kraft daraus schöpfen, ja. Wofür kämpft ihr? Nehmt, was ihr könnt. Manchmal betraure ich das Verlorene. Und dann erinnere ich mich daran, was es noch zu tun gibt. Dieser Anima wird Traumweber helfen, sein Ritual abzuschließen. Und vielleicht auch die Geister retten, die ansonsten verloren wären. Gute Arbeit. Haben wir auch da einen Tooltipp? Andenken? Anima? Nö, ist einfach nur geplünderte Anima. Die Wurzeln lesen. Die Drust haben mehr Anima gestohlen, als ich erwartet hatte. Kaum zu glauben, dass wir uns mitten in einer Dürre so viel vorenthalten haben. Ja, wenn die das halt verstecken, ist halt scheiße. Wir müssen uns zurückholen, was wir können. Nicht nur um des Wildsamens willen, sondern auch um die Pläne der Drust zu vereiteln. Wir wissen nämlich, dass viel Macht auch gerne genutzt wird, um große Portale zu öffnen, mächtigere Verbündete ranzuholen und so weiter und so fort. Also, was auch immer sie da vorhaben, was auch immer sie ermächtigen wollen, wir sollten sie auf jeden Fall aufhalten. Nur das Herz eines Hains kann die gewaltige Menge an Anima aufnehmen, die ich spüre. Nachdem ein Hain geopfert wurde, wurde die Anima in seinem Herzen entnommen. Jetzt strotzt sein Herz wieder vor Anima. Anima, die aus anderen Hainen gestohlen wurde. Wir müssen das Herz nicht nur für uns sichern, sondern für den ganzen Wald. Ich vermute, sie werden uns nicht einfach dort hineinschlendern lassen. Macht euch auf alles gefasst. Tötet Vroas, Bollwerk von Trost und macht euch auf dem Weg zum Herz des gefallenen Baums. Okay, auch hier wieder Trost, ne? Mit dabei, mit am Start. Da würde ich sehr, sehr gern mal hin, liebe Leute. Da würde ich sehr gern sehen, wie es da aussieht, weil diese Trost-Magie, so schlimm wie sie ist, so brutal wie sie wirken kann, so interessant und schön, finde ich sie auch gleichermaßen, muss ich gestehen. Während wir hier jetzt die ganze Zone zusammenpullen. Und da hätte ich schon dolle Bock, wirklich eine Zone in diesem Design zu sehen. Oh, da ist er. Oh ja, der hat immer seinen Spinat gegessen, der Kollege. Seinen Drust-Spinat. Ich möchte nur sicher gehen, dass wir vorher alle anderen abgeschüttelt haben, Freunde. Wenn man nicht richtig abschüttelt, dann gehen die Tröpfchen in die Hose. Ich hoffe, das haben wir jetzt vermieden. Ich hoffe. Let's go, Leute. Ah, da haben wir aber noch ein Wörtchen mitzureden, mein Freund. Stellen wir noch ein heilender Fluss gleich hin hier. Zack. Dann noch Stun und es kämpfen ja alle mit. Guckt mal hier, wie wir zusammen in die Phrase hauen. Ich heile nur mal trotzdem ein bisschen gegen. Der Weg ist frei. Schnell. Zum Herz des Heils. Aber auch hier wieder, ne? Die Rache wird unser sein. Wofür denn? Was hat der Ardenwald getan? Was hat die Winterkönigin getan? Waren die Drust vielleicht nicht immer die Drust? Sind die im Recht? Uh, unglaublich spannend. Hab ich richtig Bock auf die Storys. Benötigt ihr die wilde Jagd? Wir haben es zum Herz geschafft. Gut gemacht. Wenn das die wahre Natur aller Drust ist, ist der Ardenwald wirklich in einer verzweifelten Lage. Herzschmerz. Wow. Ich hatte recht. Ein großer Teil der Anima wurde im Herzen des Heinz gelagert. Hey, hey. Ich hab das vor dir gesagt, okay? Die Drust müssen sie im ganzen Ardenwald gesammelt haben. Und jetzt holen wir sie uns zurück. Schnell, zerstört diese Barriere und schnappt euch das Herz. Nia und ich werden euch schützen. Tut, was ihr tun müsst. Wir halten die Drust auf. Okay. Oh, da kämpfen sogar die Drust mit. So viel Anima. Könnten wir damit nicht euren Hein heilen? Und meinen? Unsere Heine sind tot, Nia. Wir müssen das akzeptieren und sie gehen lassen. Ja. Es muss einen Weg geben, zurückzubringen, was wir verloren haben. Irgendein Mittel gegen den Schmerz. Oh, ja. Sie wurden für den Ardenwald geopfert. Wir können nur kämpfen, um ihn zu schützen. So. Das große Ganze sehen. Nach vorne schauen, sodass das Opfer es wert war. Und wir nehmen das Herz mit. Schön gefüllt. Zack. Da haben wir es. Diese letzten Überreste eines großen Baums schwelen vor eingelagerte Anima. Und ihr habt eben erstmal Kunstpause gemacht, oder was, Leute? Ich diene der Königin. Wir werden diese Anima zurückgewinnen. Die Drust werden sie nicht für ihre Zwecke nutzen. Jetzt haben wir das Herz und müssen nur noch einen Weg nach draußen finden. Und es klingt, als würden sich Feinde nähern. Es sind einfach zu viele. Schützt das Herz um jeden Preis. Boah. Stampede. Hahaha. Schneckenparty. Ich kann man noch nicht allein lassen. Nicht wahr? Ey. Nun, kommt schon. Die Arbeit wartet. Lady Mondbeere ist die beste Fee. Oder wie war das? So schön, euch zu sehen. Es regnet Glitzer. Ihr habt das Herz des Heinz gefunden. Und es ist voller Anima. Die Drust sind nicht unbedingt begeistert, dass ihr sie genommen habt. Sie versammeln sich überall im Wald in großen Massen. Wir müssen euch und die anderen sicher hier herausbringen. Ich kann helfen. Habt ihr Lust, ein wenig Glitzerchaos anzurichten? Na klar. Sagt mir, wenn ihr bereit seid, die Drust mit Feenmagie einzudecken. Ich bringe die beiden hier in Sicherheit. Na dann, los geht's. Ich kann euren nächsten Schritt kaum erwarten. Wir sind... Lass Glitzer hageln. Ja, wir sind... Oh, da ist auch wieder so ein ganz großer Koloss, ne? Wie ich vorhin gesagt habe, von diesen Kolossen, da haben wir große. Da haben wir weniger große. Wir haben aber auch größere. Nur ganz kleine, so Mini-Kolosse. Die hatten wir noch nicht. Aber der Kollege Fulja, der Vernichter, also wenn der jetzt auch noch ermächtigt werden würde, durch das Anima, was wir zum Glück zurückklauen konnten, ne? Das ist ja auch eine ganz üble Nummer. Aber wir haben es ja verhindern können. Dank unserer drei mutigen Fünf konnten wir jetzt hier so ein bisschen Rache üben. Für die Rache, ne? Rachsüchtige Rächer, Freunde. Auch ein schöner Gildenname. Und wenn wir hier aufgeräumt haben, geht es zurück zum Winterschlafbecken. Lady Mondbeere nicht zu unterschätzen. Das hat gesessen. Ich behalte die Trost im Auge. Ihr fliegt zurück zu Alioth. Jawohl. Alioth. Ach doch, gucke. Alioth. Alles klar. Ich werde sie jedes Mal anders aussprechen. Freue mich schon auf die kommenden Parts. Und mit der Kraft unserer schönen Feenflüge geht es zurück zum Blauen Bärchen. Und gleichzeitig fliegen wir auch in das Ende dieses Parts. Haben ja wunderbar den Hain direkt in einem abschließen können. und kommen allgemein sehr gut voran im Artenwald. Sind auch fast Level 58. Und hier ist es zumindest noch ruhig. Mal sehen, wie lange. Also das werden die Drust sich natürlich nicht gefallen lassen. Vor allem nicht auf Dauer, liebe Leute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, hat euch wieder gefallen. Und dann hören und sehen wir uns in den nächsten Parts, wenn ihr wollt. Bleibt gesund und bis dahin. Tschau.